Liebe Freunde, ich bin wieder hier in meinem Revier, da wo alles begonnen hat, in der Bezirksvertretung 5, Alten-Essen-Kernab-Vogelheim. Vor 19 Jahren war ich hier das erste Mal, jetzt bin ich hier wieder. Ich bin sehr glücklich, ich habe richtig Bock, ich habe richtig Bock und ich bin noch ein bisschen nervös, denn vieles ist hier anders wie im Europäischen Parlament. Erstmal sind hier wesentlich mehr Politiker, obwohl hier nur 19 gewählt wurden, sind wahrscheinlich 17 da. Im Europäischen Parlament sind von den 705 meistens nur 10 bis 15 da und hier ist sogar Publikum. Hier ist richtig was los und hier wird vor allem Politik gemacht für den Bürger. Hier ist die Basis. Hier beginnt Politik und deswegen bin ich überglücklich, wieder hier zu sein.